Was ist eigentlich ein Buddy-Movie? Buddy kennt ihr vielleicht von eurem Messenger aus eurer Buddy-List, Best Buddy, Buddy-Tag und sowas. Und genau das gibt es auch im Film und das sind Filme, in denen sich zwei Charaktere kennenlernen am Anfang des Films und meistens sind das sehr unterschiedliche Charaktere, die sich im Gelaufen des Ganzen irgendwie zusammenraufen müssen. Oft ist es so, dass sie sich überhaupt nicht ausstehen können und sich auf den Tod hassen, aber gezwungen werden durch irgendwelche widrigen Umstände. Oftmals sind es dann Cops, die plötzlich von dem Chef gesagt kriegen, ihr beide arbeitet jetzt zusammen und wenn es das Letzte ist, was ihr tut, in diesem Fall aufklärt, genau, die müssen dann zusammenarbeiten, sich zusammenraufen und im Laufe des Films werden sie so unterschiedlich sie auch sind, plötzlich Best Buddies, Freunde, die füreinander anstehen und sich auch ein bisschen anzecken. Die bekannteste Buddy-Movie-Reihe ist wahrscheinlich Lethal Weapon, wo sich Mel Gibson mit Danny Glover am Anfang ja auch irgendwie behakt und sich streitet. Zum Ende der Serie sind sie aber quasi eine Familie. Das sind Buddy-Movies und wenn ihr noch weitere Sachen lernen wollt, dann klickt doch einfach auf eines der Videos hinter mir. Ich gehe aus dem Bild. Ciao!